Ich fahre ein Bike, damit ich wieder freien Abkommen bin. Es ist aber auch so, dass ich die Adrenalinkriege schätze, die es gibt. Sicher mal einen Berg herabzustürzen. Also ich bin eher ein vorsichtiger Biker und auch kein Vollprofil. Ich glaube, ich habe ein Gespür für Menschen. Ich schaffe es meistens, dass ein Mensch sich von meiner Kamera wohlfühlt und ich so auch ein authentisches Bild machen kann. Es ist für mich eine Genugtuung, wenn ich sehe, dass Menschen, die sich nachher auf dem Foto sehen, auch happy sind mit dem Resultat. Heute nenne ich mich Menschenfotograf, weil ich es liebe, die verschiedenen Charakteren zu sehen und zu porträtieren. Da meine Partnerin an unserer ersten Nacht krank wurde, habe ich kurz zu haben entschlossen, etwas einzukaufen und für sie zu kochen. Sie hat mir dann geholfen und so ist eigentlich einer der Grundwiler unserer Beziehung entstanden. Gemeinsam kochen und essen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.